Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute Donnerstag den 18. Januar und ich bin jetzt in Neu-Ulm beim ersten internationalen Blasmusikkongress. Die Vorzeichen sind vom Wetter her nicht die besten. Es stürmt und windet echt sehr. Aber anscheinend sind es schon die ersten Parallelitäten zu Chicago bei der Midwest. Man sagt ja Chicago ist die Windy City. Lasst uns mal schauen was hier geboten wird. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020